Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will dich in der Spezialeinheit. Die Ermordeten standen unter dem Kommando deines Bruders. Finde raus, wer unsere Jungs getötet hat. Tauscht euch untereinander aus. Hinweise, Vermutungen. Schreibt alles auf und gebt es mir. Wie denkst du, ist das abgelaufen? Wilde Schießerei, kurze Distanz. Wer immer der Schütze war, er war kein Amateur. Ich muss was mit dir bereden. Ich hab das nirgendwo rum erzählt. Ich hab mit dieser Lisette gesprochen. Sie sagte, es war ein Cop. Sie sagte, es war Jimmy. Eins nach dem anderen. Sie sind tot, unser Geld ist weg. Und nur eins davon können wir zurückholen. Wir sind der Spezialeinheitenschritt voraus. Also, ihr habt ne Knarre, ihr habt ne Marke. Und damit Zugang zu jedem Block, bis wir unser Geld haben. Du sagst es mir. Nein! Rede! Nein! Dein Bruder könnte das ganze Polizeidepartment auseinanderbrechen. Der Einzige, der das verhindern kann, bist du. Sag schon, was ist hier los? Wir haben uns an den Meistbietenden verkauft. Ich wusste nicht, dass sie sterben würden. Soll das heißen, wir vertuschen das Ganze? Wach auf! Die schützen sich gegenseitig und verschleiern die Wahrheit. Alles, was Cop schuldig aussehen lässt, ist nicht gut, Raymond. Das alles reicht tiefer, als du denkst. Weniger Verbrechen, mehr Verhaftungen. Das wolltest du doch. Der Zweck halte ich die Mittel, mein Freund. Wo ist mein Geld? Willst du mir was erzählen? Darüber, was du getan hast? Ich entschuldige mich nicht für das, was ich tue! Was wirst du tun, Ray? Dein eigenes Haus anzünden? Netwaffen, wofür du gearbeitet hast? Es endet heute Nacht. Du bist ein Cop, Ray. Genau wie wir.